Eisfach abtauen Was machen wir jetzt? Eisfach abtauen, total zugefroren Mit dem Föhn Ja Ich merke genug Strom, gell? Solarpanels sei Dank Wir haben halt Solar, ne? Wir haben noch nie eingesteckt und haben immer genug Strom Naja, war schon manchmal brenzlig so, wenn man in bewölkten Gebieten ist, aber... War schon mal halb leer da, Akku Es ist jetzt Dezember Wir stehen in Spanien, relativ südlich Und wir haben jetzt die Solarpanels aufgestellt Und wir haben... Der Solarertrag liegt natürlich auch am Verbrauch Wenn ich nichts verbrauche, dann kommt nichts rein Aber wir backen regelmäßig mit dem Ofen und sonst was Wir haben an einem Tag 2,78 Kilowattstunden reingekriegt Mit 735 Watt Solarleistung Das ist ordentlich Und das ist einfach der Vorteil Wenn man sie aufstellt, kriegt man so viel mehr Also mindestens ein Drittel extra Strom rein Das ist einfach genial Das ist einfach geil Ja